Gedanke 1, der Wert der Tradition in der modernen Pressearbeit. Die klassische Pressemappe steht für Professionalität, Struktur und Zuverlässigkeit. Diese traditionellen Werte haben auch im digitalen Zeitalter nichts an Bedeutung eingebüßt. Der Grundbau einer Pressemappe bleibt gleich. Sie soll klare Informationen vermitteln, gut strukturiert sein und das Vertrauen der Empfänger gewinnen. Struktur als Konstante Der Aufbau einer Pressemappe hat sich über Jahrzehnte hinweg kaum verändert. Ob gedruckt oder digital, die Pressemappe bleibt ein geordnetes und zielgerichtetes Werkzeug zur Informationsvermittlung. Sie führt den Empfänger durch die wesentlichen Punkte und sorgt dafür, dass keine wichtigen Details übersehen werden. Präzision und Klarheit in der Kommunikation In der heutigen Flut von Informationen ist es entscheidend, präzise und knapp zu kommunizieren. Eine gute Pressemappe konzentriert sich auf das Wesentliche und vermeidet unnötige Komplexität. Verlässlichkeit als Erfolgsfaktor Auch in einer digitalisierten Welt bleibt die Zuverlässigkeit von Informationen ein entscheidender Aspekt. Eine Pressemappe muss immer aktuelle und gut recherchierte Inhalte bieten, da veraltete oder fehlerhafte Informationen das Vertrauen der Medien beschädigen können. Die Balance zwischen Tradition und Innovation Obwohl die Struktur und die Kernwerte einer Pressemappe bestehen bleiben, haben sich die Medienformate stark verändert. Digitale Werkzeuge wie Videos, Hyperlinks und interaktive Elemente bieten neue Wege, um Informationen dynamisch zu präsentieren, ohne dabei die traditionellen Werte aufzugeben. Die traditionellen Stärken einer Pressemappe – Struktur, Präzision und Verlässlichkeit – bleiben auch im digitalen Zeitalter von unschätzbarem Wert. Doch die Pressearbeit ist dynamischer geworden. Interaktive Inhalte und digitale Werkzeuge ergänzen die klassischen Ansätze, ohne diese zu ersetzen. Wer in der Lage ist, diese beiden Welten geschickt zu kombinieren, wird die Pressearbeit flexibel und erfolgreich gestalten. 1st insaro 2st 2st 4 5 7